Hallo, wir sind jetzt in Bangkok und wir fangen jetzt gerade ein bisschen noch zu entdecken, weil wir haben jetzt gerade noch nicht so viel Zeit, denn wir haben noch kleine Fraschencheu, wo wir uns schon sehr drauf freuen. Diese Überraschung sehen wir euch heute Abend. sehen wir später, ja. Also, spät. Wir sind jetzt auf den indischen Marken. Und wir können jetzt hier laufen mal durch. Also, riesig, riesig, riesige, gefühlte Gassen. Wie der U-Boot war schon ein bisschen. Ja, größer. Wir haben ja schon viel gutes, lokales Essen probiert und diesmal haben wir was komisches gefunden. Schmeckt halt wie ein Gummiball irgendwie. Und man kriegt es hier nicht runter. Bisschen komisch. Hallo. Say something. Very nice. Ja, geh mit drauf. Ohohohoho. Wir machen seinen Urlaub. So, für die nächsten Tage macht die Jenny und die Nico den Videoblog. Wir freuen uns so. Wir laufen jetzt und suchen uns erst noch was zum Essen. Wir haben irgendwie alle Hunger. Zieh mir mein Bild rein. Alles gut. Alles gut. Chinatown. Auf Wiedersehen. 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 Outro